Jennifer Ullrich ist der Shootingstar der deutschen Filmszene. Ihre bisherigen Filme haben ihr Respekt eingebracht. Auf dem roten Teppich gehört sie zu den Top-Promis. Zu Recht, denn in ihrem neuen Film Zimmer 205 spielt Ullrich ganz groß auf und lässt uns das Blut in den Adern gefrieren. Horror made in Germany? Kein Problem. Allerdings sorgt auch schon eine Bett-Szene für Gesprächsstoff. Dabei zeigt Jennifer Ullrich mehr als nur die Schulter. Aber die Schauspielerin hat damit eigentlich kein Problem. Irgendwie ist es dann am Ende des Tages doch alles viel langweiliger, als alle denken, wie es ist, wenn man Sexszenen dreht. Und es war vollkommen okay. Also die Vertrautheit, die wir einfach aus der persönlichen Ebene mitgebracht haben, hat es einfach viel leichter gemacht. Und schließlich ist die Szene ja eine willkommene Pause, die neben dem ganzen Horror auch nochmal Zeit zum Durchschnaufen lässt.